ja leute wisst ihr was total ätzend ist im dschungelcamp das klo hier das klo jetzt müsst ihr euch mal angucken da sind 14 unendlich hier da haben sie doch wieder den neberge pinkelt aber ich kann euch eins sagen von den männern kann es keiner gewesen sein weil männer müssen seit jahren auf dem klo sitzen auf dem arbeit das kann nur eine von den mädels gewesen sein oder alle mädels 14 hier du meinst du wärst im see hier du kannst du drin baden auf dem pinkel zoll stadt hier erst jeder also jetzt haben schon nie gesehen das verstehst du das sind die alle hier sie die mir angemalt hier und pinkelte leben das darf nicht sein das darf nicht wasser hier im dschungelcamp hier du wahnsinn hier wahnsinn